Der BIO Award, eine Kooperation von ORF Salzburg und BIO Austria. Ja, wir sind da in Leogang beim Herzogbauern, Familie Wiedauer. Es ist so, der Hof wird in zweiter Generation bewirtschaftet. Ich habe den von meinem Vater geerbt. Der Vater ist schon 1963, hat sich der mit dem biologischen Landbau beschäftigt und er ist eigentlich einer von den Pionieren auf dem Gebiet. Der biologische Landbau, der ist mir schon in die Wiege gelegt worden. Wir leben da in einer schönen Landschaft, in einer heilen Natur. Irgendwo müssen wir schauen, dass wir unsere Natur und unsere Umwelt erhalten, so wie es ist. Die biologische Landwirtschaft, das ist eine Kreislaufwirtschaft. Das zieht sich von Steuer bis in die Familie. Das lässt sich auch über Urlaub am Bauernhof rausgetragen. Man muss da die Gäste informieren, weil meiner Meinung nach ist die biologische Landwirtschaft eigentlich der richtige Weg. In Zusammenarbeit mit Biogasthaus Schützenwirt und Kulturwirtshaus Urban Keller. Der ARD Text im Auftrag von Funk